so hallo und herzlich willkommen weiter geht es hier bei ARK das letzte mal haben wir hier unser Bett gebaut und haben jetzt deswegen Greenspawn Point deswegen würde ich jetzt gern mal zu dem weißen Strahl gehen den kann ich nämlich auch aufmachen mit meinem Level müssen wir halt uns beeilen wahrscheinlich muss man halt bloß gucken dass hier nix großes gefährliches rumläuft schön die Umgebung in das ist schon scheiße okay nichts gefährliches zumindest bis jetzt wo ist der Strahl da wo ist das heil wo ist denn das Ding da oben kommt es solange müssen wir uns hier verstecken da ist nix da ist scheiße man packt der hier einfach vom Boden kann man derzeit hier mal ein bisschen Blumen pflücken kommt gibt mir nicht mehr Narko Berries noch kommen keine Narko Berries na komm runter ich will den Loot mal gucken was da drin ist da ist nix da ist nix da ist nix access inventory einen Zaddle jetzt kommen wir mal wieder heim das ist ein Phobie äh das ist so ein Schwein glaub wir rennen jetzt einfach mal wie die Gestörten durch müssen wir halt jetzt gleich ins Wasser gehen Triceratops ich muss einfach gucken dass ich auf Level 15 komm oh Junge mach die Fonsel hier aus brennt mir halt nicht heute weg so das ist Moment ein äquip pho phiumia das müsste so ein Schwein sein glaub ich pack mal hier rein den packen wir den kann man nicht wegpacken okay das kommt in andere Truhe hier hat man Narko Berries Seeds das ist auch sehr gut dann das kann man hier rein wie ich bei nahem Arsch ey das ist mein Haus überall scheißen sie hin äh Schildkröten was machen wir jetzt und sagen jetzt äh sammeln wir noch ein bisschen Pflanzen halt nein wir müssen sagen das Wasser stimmt haben wir vorher gesagt dann können wir die Dilos hier äh die Paras hier angucken da sind nur die gleichen erstmal ein paar Steine sammeln zwölf zwölf elf ganz dick knicken sieht hier mal was gefährliches die haben beim letzten Patch das rausgenommen dass äh die Megalodons also die Riesenhaie stranden das war nämlich nicht ganz so witzig dass wenn das so ein riesen Viech an den Strand kommen ist und dich rein gezogen hat ähm yo wir sind jetzt gerade Level 7 brauchen wir so viel und hier ist halt der Bogen Level 15 der wäre halt richtig wichtig Piumia Sattel das ist Schwein wir haben aber auch noch ja Sattel für solche hier aber wir haben bloß 5 Narco Barriers deswegen würde ich mal sagen sammeln wir mal diese Folge in einen Haufen Narco Berry Seeds äh nicht Seeds und dann müssen wir mal so eine in eine Ecke treiben dann könnten wir den vielleicht tamen ok du bist bloß ein Triceratops los wenn man die angreift wird man auch ordentlich dagegen pfeffert habe ich gesehen na komm aufheben ach komm wir gehen bei unserem Haus da hoch und sind Triceratops in der Gegend ach jetzt gehen die Teile auch noch kaputt na komm Narco Berries Narco Berries Weiber kann man auch nicht die andere Sachen von der Rüstung lernen aber ich glaube von Schule hat man Halt braucht na komm ich brauche keine Stim Burries ja genau ich brauche Narco Berries wenn ich mal einen zählen will wenn ich mal einen zählen will na komm ja eine Narco Berry keine Narco Berry keine Narco Berry keine Narco Berry zwei Narco Berries und was hängt das eigentlich ab wie lange ich an so einem Busch rumkrabbeln kann werden die eigentlich größer oder keine Ahnung hier stehe ich auch aber hier ist gerade gar nichts wildes unterwegs gleich zu unserem anderen Spawn Point wo wir da letztes Mal hatten ich sehe jetzt auch gar keine Dinos gerade bis auf den Triceratops da drüben gar nicht mehr so schlimm da müssen wir mal wieder runter wir müssen irgendwie einen Parasaurus in eine Ecke treiben da hätten wir wieder Seeds müssen wir demnächst mal das Feld lernen dann können wir da das ganze Sache anbauen da Narco Berries wie viele haben wir jetzt inzwischen 14 weiß nicht ob das für einen reichen würde oh der Übergang hier ist echt geil gemacht wenn man Zelle vom dunklen Zelle geht und so ist halt wie in echt dass sich das Auge erst dran gewöhnen müssen und ich spiele auf hoch und trotzdem sind bei mir die Grafik die Grafik ultra verwaschen ja müsste ich nochmal rumdrehen aber man hört ja schon der PC wahrscheinlich so nochmal Narco Berries da war nix da bewegt sich grad auch nix wie viel Fiber bin ich eigentlich jetzt nochmal Fiber Stimberries Stimberries sollte man nicht essen da verschwindet das ganze Wasser mal kurz weil ja bekommt zwar so einen Power Schub aber der kommt zum Preis von ja dem dass man kein Wasser mehr hat also von dem Zeug hätten wir jetzt grad aktuell genug Sinterberry Seeds Sinterberry Seeds dann mal 38 17 eigentlich könnte man es probieren jetzt müssen wir nur so einen Parasaurus mal in der Ecke treiben das ist das einzige Problem die sind doch nachgewachsen oder? vorher habe ich die doch oder letzte Folge habe ich hier doch die ganze Sache weggemacht ah da wäre einer da ist Level 2 mal gucken guck mal her Foto machen ne oh jetzt doch mal die Triceratops nicht anhitten jawohl er steckt jawohl jetzt probieren wir es nochmal mit dem Tame Marco Berries blaue und die hier so wie geht es mit dem Tame voran 8 auf 7 60% ist okay aber ich sollte ich glaube weiter äh Pflanzen sammeln weil wahrscheinlich die Narco Berries wird er nicht reichen und ich habe den Sattelgarn dabei aber den Dino kann man ja dann einfach hinter uns her laufen lassen jetzt bin ich mir wieder kalt ey der geht ganz schön schnell eigentlich hoch dann lassen wir den mal zwei von denen essen dann ist schon wieder fast ganz voll ja ne niedrigeres Level je besser ist das mit dem Tame das Problem ist hier sind gar keine Büsche in der Nähe wo ich den jetzt umgeschlatscht habe außer hier sind eine trau mich bloß nicht zu arg in den Wald rein ach scheiß drauf na komm gib mir Narco Berries komm Narco Berries jawoll Narco Berries scheiße mein Fleisch 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 ich muss die gewahr äh der müsste hinter dem Baum liegen yep das ist jetzt Inventory die schmeißen wir rein die schmeißen wir rein die schmeißen wir rein die schmeißen wir rein dann frischst du nochmal zwei von denen dass es nochmal hoch geht 64% nur ne geht jetzt grad schon wieder Zonne unter einmal der Gamma Wert wieder erhöhen ja bisschen cheaty wir brauchen mehr Narco Berries scheiße boah ich hasse den Wald überall können die kleine Scheiße warten komm Narco Berries ab welchem Level kriegt man eigentlich dann das Feld Stim Berries ganz sicher nicht werde ich dem geben Narco Berries eine wenigstens na komm sammle schön ein sammle schön Narco Berries aaaah ich muss dem Dino zurück ich muss dem wieder Narco Berries verabreichen da da liegt er jetzt hoffe man dass kein kleiner Scheißer auftaucht und meinen angreift so zweimal Drogen reinschieben so das sieht doch gar nicht so schlecht aus 61% ach komm das müsste doch jetzt mal klappen geben wir dem nochmal eine dass es noch ein bisschen hoch geht vielleicht mag er die auch vielleicht mag er die auch oder die aber keine Stim Berries sonst red er durch 61% 60 ach komm so wir müssen das über 80 halten bitte lassen wir so einen scheiß kleinen Dino auftauchen denn hier müssen wir dann auch erstmal leveln der ist nämlich mit Level 2 echt niedrig aber ich bin ja nicht mal Level 10 eigentlich darf ich den ja nicht mal tamen ah mein der Sattel hier dabei japp gut ist ok F ist ok das ist auch noch so eine Methode wie man die zähmen kann man lässt die erst fast verhungern und stopft den dann einen Haufen zu essen rein so du isch jetzt nochmal 3 Stück und ich geh dann nochmal suchen man ich will nicht Steine Narko Berries perfekt gib mir Narko Berries Narko Berries Narko Berries Narko Berries Narko Berries na also nochmal 4 Stück ich weiß gar nicht was dran gestanden ist wie lange das normalerweise dauert aber du darfst jetzt nochmal einen fressen schon uDo der Taming Effektivness geht da runter leider Summer Clay tälfte weiss gar nicht wie viele Narko Berries hat der jetzt schon gefressen na komm ich will so einen parasaurus Ich sehe keine kleine Scheiße. Doch da drin ist eine. Oder? Nein. Pflanze. Ich sehe überall schon die kleine Scheiße rumrennen. Narko Berries. Narko Berries. Narko Berries. Jawohl. Stim Berries. Alles die falsche. Seeds. Auch nicht schlecht. Aber ich hätte trotzdem gerne noch ein paar Narko Berries. Aber wir müssen es wahrscheinlich schaffen. Weil die hier halt ein bisschen an der Option rumgespielt, dass man mehr Bären braucht. Hallo. Ach komm, die Droprate sind auch irgendwie verringert. Komm, da brauch ich ja Jahre. Und ich will nur einen kleinen Parasaurus teamen. Na komm. Narko Berries. Dino. Ist der schon aufgestanden? Oder? Nein. Hau ab. Meiner. Wahrscheinlich wird dem jetzt zu viel geben. Ich habe keine Ahnung, welche Bären der mag. Deswegen habe ich alle reingestopft. Oh Gott. Der Hälftehammer. Ne zwar jetzt wirklich. Oh Gott, das ist lang. Wird halt jetzt eine längere Folge. Weil ich will den jetzt haben. Und ein bisschen in die Richtung. Äh, hier können wir noch sammeln. Das ist ja auch keine kleine Scheiße. Na komm. Narko Berries. Jawohl. Komm, den Busch hier. Dann halt den. Jawohl. Vier Narko Berries. Ja, 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 kalt. Bla, bla. So. Und die auch noch dazu rein. So. Dann frischte noch mit zwei. Na komm. So. Sieht doch jetzt mal gut aus. Wollen wir mal Licht an. Ne, das ist auch geil. Da unten ist keiner. Irgendwo so ein kleiner Scheiße unterwegs. Ich sehe jetzt gerade nichts. Da muss ich nur gucken, wo ich den Park. Ähm, müssen wir gucken, dass es über 80 bleibt. Na komm. Wir sind gerade bei 52 Prozent. Moment mal noch. Und circa bei 60 Prozent. Tame, oder? 65. Aber zu langsam. Ja, ja. Ich brauch was zum Aufrahmen. Hier, ich hab ne Fackel. Andere Dinos waren davon eigentlich nicht angezogen, oder? Ich hoffe nicht. Mal wieder ausmachen. Zufrisch mal nur mit zwei. Da kommen wir 40 Prozent. 140. Jawohl. Stim Berries kaputt gegangen. Das ist mir aber egal. Ich hab ganz schön viel Fiber. Können wir uns ganz schön viele Richtungen machen. Wow. Moment. Der hat gerade was gefressen. Da hat es so einen Schub gegeben. Los, frisst zweimal. Ne, hat nix gebracht. Hab ich nur das Gefühl, oder geht es schneller wieder hoch? Hey. Leck da. Meiner. Äh, jetzt. Müssen wir uns gleich wieder sammeln gehen wahrscheinlich. Ich hab noch Schüsse, dass hier was kommt. Na komm. Weiter sammeln. Jawohl. Zwei Narco Berries. Ach da. So. Hm. Na komm. Gib ein paar Narco Berries her. Bitte drei Hammer jetzt bitte. Bitte drei Hammer jetzt bitte. Na komm. Mehr. Ich brauch mehr. So. Die ist mal ne lange Folge. Aber ich hätte jetzt gar nicht den Dino. Access Inventory. Nochmal drei dazu. Los. Frisst die Beeren. Und ne zweimal fressen. Wie hoch kommt man da? Ja ok. Frisch nochmal eine. Pech gehabt. Ach komm. Warum ist das jetzt nur noch bei 50%? Puttern. Nachfris. Hm. Wir essen selber erstmal ein Steak. Dass wir nicht vom Fleisch fallen. So. Weitersammeln. Dann muss ich echt das Ding lernen. Äh. Der Narco. Da vorne ist doch was. Bei uns im Haus. Auch manche Gantriceratops. Die können sich wenigstens verteidigen. Richtig. Die Parasaurus die rennen nur weg. Aber die sind deutlich stärker. Deswegen. Spielen wir lieber nur mit dem hier. Weil der andere hätte uns locker beklatscht. Was war das? So. Weiter fressen. Bitte. Wie hoch sind wir jetzt? 136. Komm. Eine Gegner. Müssen wir auf 143 kommen. Okay. Hey. Ja. Können wir nachher wahrscheinlich erst. Okay. Nur drei Stöße wahrscheinlich. Und dann ist es fertig. Vorsichtshalber geben wir dem nochmal eine. Da die Unconsciousness steigt. Na komm. Ich will wenigstens einmal ein Dino reiten. Ich habe keine Ahnung wie die Steuerung auf dem Dino ist. Ups. Den können wir dann. Hmm. Na komm. Eine frisch noch. Dann. Gut. Okay. Der macht die hier ganz gern. Wir wollen gern Fleisch. Na komm. Die Unconsciousness gefällt mir grad nicht. Ah. Die Anzeige stimmt noch nicht ganz überein. Jetzt müsste sie auch hier wieder steigen. Jawoll. Aber nicht so arg. Wie ich es gern hätte. So. Wahrscheinlich mit dem hier los. Der Triceratop steht seit einer halben Ewigkeit da. Na komm. Einmal den Tame. Zwei Schübe. So. Klasse. Jetzt müssen wir den auch noch verteidigen. Gegen den. Du Drecksack. Du Drecksacklash. Du Drecksacklash. You killed him. Du Drecksacklash. Du Drecksacklash. Du Drecksacklash. Und dann. Bande. Ach komm. Fick dich. Den hatten wir fasst. Oh nein. Wollt ihr mich verarschen. Wo ist er? Du sche... Du scheiß Drecksacklash. Du scheiß Drecksacklash. Okay Leute. Dilo ist ein Arschloch. Der hat es geschafft, dass ich meinen... Den kill. Weil ich daneben geschlagen habe. Größter Fail ever. Naja. Dann. Jetzt sieht man sich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der ist jetzt scheiße gelaufen. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Vier. Und keine von denen, wo der am liebsten frisst. Klasse. Also. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Dann versuchen wir nochmal nochmal ein Parasauce zu... Tamen. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Verdammte Scheiße.